Nach der vorletzten Runde des A-Opens der 50. International Dortmunder Schachttage haben wir jetzt einen alleinigen Führenden und zwar Frederik Swane. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg heute. Ja, dankeschön. War eine schwierige Partie, aber letztendlich habe ich das doch gebacken bekommen. Du hast gegen Arjan Chopra gespielt, auch 2600er Großmeister aus Indien. Gerade ist fertig geworden. Wie fühlst du dich nach der langen Partie? Ich fühle mich natürlich gut über den Sieg. Also war natürlich ein wichtiger Sieg, aber morgen ist noch eine Runde. Also nicht so happy, aber ja, natürlich ist es gut, dass ich die Partie gewonnen habe. Das sah mal wieder nach sehr guter Eröffnungsleistung aus. Eigentlich war ich gar nicht so gut vorbereitet. Ich habe einfach nur meine Datei gecheckt. Okay, dann können wir erst kurz die ersten Züge durchspielen. Aber trotzdem war ich ziemlich weit vorbereitet. Das war ein offener Sizilianer. Hatte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte eher, er spielt E5, aber nichtsdestotrotz. Ich habe es nicht so tief angeschaut eigentlich, aber... Hat das den Eindruck gemacht, als ob du dich sehr weit auskanntest, oder? Ja, ja, ich kannte es auch. Also, ich kannte es bis zu 22 oder so. Krass, deswegen, ja. Okay, hier gibt es verschiedene Optionen. Ich habe selbst F4 gespielt, auch. Das hat er vielleicht erwartet. Und nicht König B1. Also, ja, aber... Okay, König B1 ist vielleicht ein bisschen genauer als F3, könnte man sagen, aber... Weil jetzt F4 möglich ist in der Stellung. Okay. Also, je nachdem, wie ich war, das Spiel. Interessant, ja. Okay. König B1 zuerst zu spielen. Also, F4, das ist so die Pointe. Hier gab es, glaube ich, auch eine Partie Abdus Satorov gegen... Oder Giri hatte Weiß. Okay. Von Tata Steel vielleicht. Mhm. Das war genau dasselbe eigentlich im Prinzip. Bis da mal 5, Läufer C4, E schlägt F5. Und da wurde halt Tump HF1 gespielt. Und das leicht aus für Schwarz, aber ist nicht so leicht. FD4 und dann so Springer E4, das ist ein bisschen verrückt, aber halt leicht irgendwie aus für Schwarz. Okay. Deswegen, ich dachte, das kennt er. Er hat auch ziemlich schnell gespielt irgendwie. Also, wahrscheinlich hat er das gekannt. Deswegen habe ich Läufer D5 versucht, das ist eine Engine-Variante so ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass man von alleine auf Läufer D5 hier in der Stellung kommt, aber... Okay, das zahlt sich die Arbeit zu Hause dann mit Marien. Ja, ja. Das war natürlich schön, dass ich so weit vorbereitet war. Okay, du kamst dann irgendwie besser ins Mittelspiel? Ja, er hat ein bisschen un- oder ungenau gespielt hier in Läufer C6, B C6, Turm HF1. Und jetzt ist der beste Zug, oder der einzige Zug, der ausgleicht im Prinzip H6 hier zuerst. Okay. Läufer A4 und dann irgendwann ist der Punkt hier C5, Dame D3, Turm B8, Turm B8 und dann Dame A3 und jetzt geht Läufer C1 nicht mehr. Okay, das heißt, oder Ruhm H6. Deswegen H6 ist sehr wichtig. Okay, ist auch ein Luftloch. Aber nach H6 kann man auch auf H6 schlagen, also ist jetzt nicht so leicht in der Partie das zu spielen, dachte ich. Also die Diskussion geht weiter in der Variante. Ja, ja. Wahrscheinlich. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Versuch. Okay, er hat F4 gespielt. Das wird eigentlich Zukunftstellung, so ein bisschen nach C5. Er hat auch mit C5 anfangen können, aber wäre das selber gewesen. Ja. Ja, und das hier ist, glaube ich, alles passiert im Prinzip bis, ja, bis Turm E8, Turm A7. Jetzt ist mein Läufer natürlich angegriffen. Und Läufer D8 ist wahrscheinlich sehr genau. Und den? Also das ist der Letz, oder im Prinzip, Dame C6 kann ich natürlich noch, aber das ist, Läufer D8 ist so der Punkt von der Variante. Wenn man hier Dame C6 zuerst spielt, dann kommt halt Turm A7 und das ist eine viel bessere Version mit Turm E1 und so weiter. Deswegen Läufer D8 ist, glaube ich, sehr wichtig. Sehr starker Zug, ja. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es selbst gefunden hätte, aber ja, Läufer D8 ist sehr stark. Dame D8 und jetzt Dame C6. Und jetzt ist es sehr schwierig für Schwarz, den D6 zu, oder er kann ihn im Prinzip nicht gut decken. Man kann auch Turm D7 hier spielen, aber dann kommt Dame, schlägt A6 und Weiß steht leicht besser. Mit dem Entfernten Freibauen im Endspiel. Ich meine, in der Verwicklung hattest du einen Bauern geopfert, den kriegst du jetzt... Ja, jetzt habe ich den wieder und jetzt habe ich eine leicht bessere Struktur. Genau, wie in der Partie. Im Endspiel, ja. Ja, ich war sehr glücklich über Turm E6 eigentlich. Okay. Ich dachte, Dame C5 und jetzt stehe ich halt risikolos einfach viel besser. Dame B8, Dame D4. Und ja, er hat drei Bauerninseln, ich zwei. D6 ist schwach, A6 ist schwach. Mhm. Okay. Also jedes Endspiel ist gut für mich im Prinzip, wenn ich die Damen tausche. Am besten behalte ich aber, glaube ich, beide Türme und die Dame. Und das habe ich ja eigentlich nicht geschafft. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich es ungenau gespielt habe. Okay. Aber ja. Gut, wir müssen jetzt nicht die ganze Partie durchgehen. Die war lang, aber wo war dann so die... G6 war ein bisschen überraschend übrigens. Also ich dachte nicht, dass er sich so schwäch... Mit der langen Diagonal... Ja, irgendwie hat er ein paar überraschende Entscheidungen getroffen. H5 hatte ich auch nicht erwartet, weil ich dachte irgendwie, dass der König schwach werden kann. Irgendwann mit H3, G4, aber... Ja. Und da hat er einen Turm abgetanuscht mit Turm E1? Ja, das war wahrscheinlich gut von ihm. Weil sonst... Sonst... Sein Throwback E7 macht gar nichts. Also... Ja. Ja, er muss den tauschen, denke ich. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir hatten ein paar Ungenauigkeiten gemacht, aber anscheinend nicht. A4, okay, für jedes Endspiel ist das gut, A4 zu spielen. Ja. König F8 hat mich auch überrascht. Aber es ist irgendwie schwierig für Schwarzzüge zu machen. Man steht halt nur hinten drin und wartet so oft. Ja, es war auch nicht so einfach für mich hier weiter zu spielen. Ich dachte zwischenzeitlich vielleicht Turm D3 ist ein bisschen ungenau, aber... Okay. Ich hatte auch da und C3 überlegt, aber okay. Gut, das sind ja D3, genau. Irgendwann sind die Damen ja vom Set verschwunden. Ja, hier wollte ich eigentlich Dame A8 spielen. Das war eigentlich der Plan von Turm D3. König E7, Turm C3. Weil jetzt, glaube ich, nach Dame E5 ist Dame C4, glaube ich, sehr, sehr gut für Weiß. Aber er kann Turm E2 spielen, das hatte ich ein bisschen übersehen. Oder Turm E1, eins von beiden. Und dann ist der König ziemlich sicher. Okay. Also nach Dame C4 passiert jetzt einfach nichts? Ja, es passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Samme E5. Und dann läuft er wieder über die andere. Ja, ja, läuft wieder zurück. Und mein Turm ist gefesselt und so weiter. Also dachte ich, ich muss jetzt ins Endspiel. Dame D5. Dame schlägt D5, Turm D5 muss gewinnen eigentlich, weil dann Turm A5 kommt im nächsten und ich dachte, meine Bauern sind schneller. Aber es ist nicht so leicht zu berechnen. Ja, das glaube ich. Aber ich dachte, sie wären schneller. Gibt ein gutes Gefühl, wenn der Bauern auf A4 ist. Ja. Deswegen Dame B6 von ihm. Dame B6, Turm C3, okay. A5, ja, hat mich ein bisschen überrascht auch. Jetzt wollte ich Dame D2, Turm D3, Turm D5 spielen, aber ich habe Turm E5 ein bisschen übersehen. Turm D3 und jetzt kommt König E7, deswegen. Und dann ist alles gedeckt? Ja, deswegen habe ich Dame F4 gespielt, um Dame F6 zu drohen. Und Turm F3 und so weiter. Ja. Irgendwie dachte ich in der Partie, König G7 wäre vielleicht ungenau. F6. Wegen Turm D3 und Dame D2. Aber wahrscheinlich, hier hat er wahrscheinlich den Fehler gemacht, Dame C6 ist glaube ich ein drober Fehler. Okay. Hier wahrscheinlich Dame C5, dachte ich. Wo ist die Pointe? Dame D2, D5 und jetzt ist A5 gedeckt, also. Das ist die Pointe, A5 ist gedeckt. Alles klar, und nach Dame C6 hattest du dann Dame D2 stark gespielt? Ja, D5 und dann hängt A5. Das war auch die Idee von Turm D3 eigentlich, Dame D2 zu spielen. Also im Prinzip hast du so lange rumdaviert, bis du jetzt endlich den Baum gewonnen hast? Ja, eigentlich habe ich so rumdaviert, dass der König auf G7 steht und nicht auf F8. Das waren die Pointe. Okay. Und hier ist es glaube ich schon fast verloren, wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie er sich verteidigen soll. Ist Turm C5 noch ein Zug hier? Turm D6, Turm C2? Ja, den habe ich übersehen. Er auch. Wahrscheinlich, ja. Also so kann man noch. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Das Endspiel sieht auch irgendwie fast verloren aus, aber vielleicht A5 gewinne, aber vielleicht das ist, sieht verloren aus. Also das war mein Spiel? Ja. Ah ne, ja, Dame F6 wahrscheinlich. Okay. Oder Dame F6, Tausch B4, das ist das gewinnt. Oder SP4? Oder SP4, alles, ja. Dann hast du ein gewonnenes Bauern-Endspiel wahrscheinlich. Ja, ja, das ist komplett gewonnen, natürlich. Irgendwie sieht das gewonnen für mich aus, aber vielleicht kann man sich irgendwie verteidigen, keine Ahnung. Aber gut, dann gegen Turm C5 wahrscheinlich auch nicht. Und er hat ja dann den Bauern abgegeben mit H4. Ja, das war wahrscheinlich ein guter, praktischer Versuch, einfach meinen Bauern festzulegen. Eigentlich wollte ich Turm D4 spielen. Ich hatte schon meine Hand, oder ich hatte schon den Turm berührt, aber jetzt Turm E2 hat mir dann doch nicht so gefallen. Wieder so ein Kick. Dann hatte ich Christian übersehen. Okay. Deswegen habe ich Turm D3 gemacht. Gut, und jetzt hat es dir auch... Okay, es ist einfach verloren. Zeitnot geschafft. Ja, ja, Zeitnot geschafft und ich habe einfach ein gewonnenes Endspiel. Also Dame hast du getauscht. Dame habe ich getauscht und mein Bauernlauf war halt einfach durch, im Prinzip. Also da warst du deine Sache jetzt sehr sicher. Ich war mir schon sicher, dass das Team nicht gewonnen ist, ja. Klicke einfach durch. Okay, hier hatte ich ein bisschen Angst sogar, langsam hier. Habe ich länger nachgedacht. Eigentlich wollte ich Turm D2 spielen und den König abschneiden. Nach Turm G4, Turm E2 oder so. Aber irgendwie ist es schwierig für mich, irgendeinen Freibauern zu bilden. Ja. Nach König B2, C3, aber ist nicht so leicht. Okay. Gewinnt es vielleicht auch, aber... Ich dachte, Turm D5 wäre sehr... Okay, es ist halt ein sehr direkter Weg. Ach, Salz. Mord, ja. Gerechnet. Ja. Ja. Okay, kann da nichts machen. Also meine Vorhörungen sind viel zu schnell. Einer mehr. Ich glaube, ich könnte sogar noch ein paar Tempile abgeben. Wahrscheinlich und es gewinnt noch. Finde ich, am Ende gewinnt der... Ups, gewinnt der Abo. Ja. Ja, sehr, sehr starke Leistung. Jetzt führst du mit einem allen Punkt Vorsprung vor der letzten Runde. Wie gehst du dann morgen in die letzte Runde rein? Keine Ahnung. Also ich habe wahrscheinlich eine schlechtere Zweitwertung. Also, okay, Remi ist natürlich immer ein gutes Resultat morgen. Oder du bist die schwarzen. Ich habe auch Spaß. Und spiele auch gegen starken Gegner. Also, Remi ist okay. Wäre noch besser, wenn ich gewinnen kann. Ja, aber Remi ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Dann bin ich sicher, wahrscheinlich Zweiter oder so. Alles klar. Wir sind gespannt, freuen uns morgen auf die Partien und drücken die Daumen. Dankeschön. Ja, danke.